Bad Batch, ich habe einen neuen Auftrag. Bei diesen Koordinaten findet ihr Notikunrei. Nehmt Notikunrei mal gefangen. Und das heißt, das Bad Batch macht sie auf den Weg zu einer neuen Mission. Bevor das Video startet, möchte ich ganz kurz meinen Partner Instant Gaming vorstellen. Da könnt ihr richtig sparen, denn da kriegt ihr günstiger Spiele, das Online-Abonnement und auch Guthaben für die Playstation, für die Xbox, für die Switch. Alles, was das Herz begehrt, gibt es dort. Deswegen checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung aus und damit unterstützt ihr mich auch und den Kanal. Außerdem gibt es jeden Monat dort ein Gewinnspiel. Dort könnt ihr was richtig geiles gewinnen. Deswegen auch einfach mal, wie gesagt, den Link in der Videobeschreibung auschecken. Mitmachen lohnt sich. Okay, Leute, es ist wieder soweit. Wir haben wieder einen Spezialauftrag für das Bad Batch. Heute holen wir uns den Kopf von Newt Gunray. Seid ihr bereit, Leute? Boom! Okay, dann let's go! Bad Batch Action! Badam, badam, badam! Warum ist da ein Step? Der hat ja auch noch einen anderen, den wir crossen, das haut tot. Okay, Leute, aus sichereren Quellen weiß ich, da ist irgendwo einer auf dem Step. Auf den müssen wir aufpassen. Alles klar? Alles klar. Wir stürmen jetzt. Der kam irgendwo von vorne gefahren. Oh, da sind sie wieder. Doch! Nein! Hat da schon wieder einer... Hä, wo sind die denn hingedüst da mal? Die düsen da einfach durch die Gegend. Hier, wir haben auf jeden Fall Wacker. Wacker hat überlebt. Wacker, komm, wir holen uns jetzt die Leute hier. Ich muss ja gleich gucken, was die Verluste angeht. Hör die noch. Erstmal holen wir uns den jetzt. Der feuert mich hier noch ab, Leute. Ich hab ein bisschen Angst, die Tür aufzumachen. Da düsen die Leute mit ihren Steps durch die Gegend. Tech! Tech, du bist ja noch am Leben. Hallo? Aha! Da ist der andere. Ist Crosshair noch da? Geiße. Crosshair. Crosshair haben sie wieder erwischt. Crosshair ist leider nicht der schnellste. Wo ist denn Wacker jetzt hin da? Okay, Leute. Wir haben einen verloren. Es gäbe schlimmere Sachen. Aber wer hätte denn auch gedacht, dass die hier mit dem Step rumfahren? Cool, andere Waffen. Die nehmen wir mal gleich mit. Super Kampf, Druiden. Oh, guck mal. Wir haben jetzt so Granatwerfer hier. Pam, 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 pam. Geil. Ab in den Nahkampf. Den boxen wir um. Den haben wir auch Nahkampfplatten. Ich bin Nahkampfexperte mit meinem Messer. Komm, jetzt hol den da weg. Hilfe. Ruidika, auch noch da. Hilfe. Haben wir da nicht irgendwas, was... Was ist denn das? Ach, das ist meine normale Waffe. Jo, die sprengt den weg. Oh, wie gut ist meine Waffe denn gegen die? Ja, gar kein Problem. Wo ist Wacker? Wacker? Da ist er. Der hat wieder hier rumge... Umschlawiner. Komm mit, Mann. Zwölf Sekunden später. Wacker? Nichts mehr mal langsam mit dir. Kommst du mal mit dir. Kommst du auch mal mit, ne? Tut mir leid, dass ich dich jetzt hier züchtigen muss. Jetzt reicht's mir auch mal langsam mit dir. So. Ist auch wieder alles in Ordnung? Okay. Es ist es. Da haben Magna-Wachen. What? Da ist auch ein Dude-Gunray. Da ist er. Was? Branca, wo bist du? Magna-Wachen sind ja brutal. Da steht er. Da sind die Magna-Wachen. Okay, Leute. Wir brauchen jetzt eine gute Taktik. Also, ich versuche jetzt mal einen hier reinzulocken. Hier rauszulocken. Meine Waffe ist leer. Die können die abwehren? Warum können die das? Einfach drauf feuern. Ich habe keine weitere Taktik. Weiter feuern. Feuern. Und warum können die den abwehren? Wir haben einen. Wir haben einen. Ich hole mir den Stab. So, komm her. Ich bin der Stabmeister, du. Haha. Ja, ich habe ihn wirklich. Ich habe nicht gedacht, dass es klappt. Don't do Gunray. Oh, der schießt auf mich. Oh, wir können ihn wegtreten. Was? Ich wollte ihn doch gefangen nehmen. Es war kein... Es war aus Versehen. Warum ist denn sein Kopf weggeflogen? Wo ist eigentlich Wacker? Steht schon wieder hier draußen, ne? Bist ein Befehlverweigerer. Du dreckiger. Du hättest das alles verhindern können. Oh, alles klar. Ja. Okay. Immerhin Auftrag sei halbwegs abgeschlossen. Leider konnten wir den Newt Gunray nicht gefangen nehmen, ne? Das sollte klar sein. Es war nicht unsere Schuld. Es war unvermeidbar. Da Not der Gunray nun weg ist, kümmert euch um General Grievous auf Uta Pau. Okay, Leute. Wir haben wieder eine nächste Mission. General Grievous hat sich hier irgendwo versteckt auf Uta Pau. Crosshair warst du. Willkommen zurück. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Dann los geht's. Rein da. Attacke. General Grievous werden wir ja wohl locker gefangen nehmen können. Wollt ja gar kein Problem sein. Crosshair, du bist cool. Du kommst mit. Aber die anderen beiden, ne? Hey, Leute. Wie wär's, wenn ihr auch mit General Grievous fängt? Sie nicht alleine. Okay, Leute. Das wird nicht einfach. Aber wir haben schon mal gegen Magna Wachen bis sie gekämpft und gewonnen. Und kann der auch alles abwehren? Yes, wir haben einen. Gib mir den Stab. Ich mach dich fertig, mein Freund. Haha. Yo. 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 Kann ich doppelt Magna Wachenstab haben? Nee, geht nicht. Ja, gar kein Problem. Nehmen. Für den guten alten... Huch, der platzt noch. Für den guten alten... Hunter. Tambor, halt. Das ist ein Gefangener. Nein, wir müssen ihn gefangen nehmen. Leute, hört auf zu schießen. Leute. Na, Kiki. Jetzt bin ich so weg. Ihr. So, wieder mal unvermeidbar. Wir sind uns einig. Okay. Ich glaub, mein Bad Batch ist irgendwie... Wo ist denn jetzt Crosshair? Der ist ja nicht schon wieder gestorben. Da oben ist er ja. Okay. Ich glaub, mein Bad Batch ist halt irgendwie leider ganz schön krass drauf. Ganz schön extrem drauf. Die nehmen keine Gefangenen. Okay, Leute. Das mit Wattambor, das bleibt auch unter uns. Der wollte sich nicht ergeben. Okay. Und jetzt? Jetzt holen wir uns General Grievous. Auf geht's. Bad Batch. General Grievous. So wird es enden. Los, Bad Batch. Formation. Die holen wir uns. Was hat der denn gemacht? Greift ihn an, Leute. Greift ihn an. Oh, die Kassel... Oh mein Gott. Was? Der ist einfach hinter mich gesprungen. Bad Batch. Da fehlt einer. Wo ist Tech, der Verräter? Okay. Das hat gar nicht gut geklappt. Erstens Tech, ne? Du gehst jetzt gefälligst auch mal mit raus. Wir dürfen uns nicht einkesseln lassen. Der bleibt schon wieder da stehen. Guckt ihn euch an, den Hund. Warte kurz mal Grievous, bitte. Danke sehr. Okay. Los geht's. Jetzt aber Bad Batch Action. Nicht, nicht, nicht. Ah. Oh mein Gott. Oh, Tech ist schon tot. Was passiert hier? Haben die alle... Warum gibt es denn hier Slow Motion, wenn die meine Leute ausschalten? Ich bewege mich jetzt in ganz komischer Form. Hilfe. Hilfe. Ich klebe lieber so den Tod hin. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Und kriegt denn General Grievous krasse Animationen, wenn er einen umlegt? Okay, kommt mal alle raus, bitte. Wir müssen das jetzt mal hinkriegen hier. Muss das irgendwie klappen. Wir müssen mal vielleicht mit dem Stab irgendwo in den Nahkampf gehen. Das hat eben auch gut geklappt. Ah, den einen haben wir. Okay, Leute, das war super. Gegen die können wir uns auf jeden Fall... Jo, gegen die können wir das richtig gut machen. Ups. Nein. Die sind gegen mich. Ihr werdet euch gegen... Wo ist denn Grievous hin? Oh, Grievous ist geflohen. Und ich bin jetzt ein Verräter. Das kann doch wohl nicht so enden, Mann. Das muss doch mal gut gehen. Okay, Leute. Es war eben kein schlechter Versuch. Nur darf ich leider nicht euch töten. Es tut mir nochmal leid. Aber jetzt wird's was. Wir gehen direkt mit dem Speer raus. Ich schnapp mir die Magna-Waren. Ihr haltet mir Grievous vom Leib. So wird das schon klappen. Ja, okay. Oh mein Gott. Ihr müsst mir Grievous vom Leib halten. Oh, ich hab ihn. Okay, nur noch... Check. Check. Erlebt noch. Oh mein Gott. Aber der ist richtig gefähr... Oh, was? Oh, wie stark ist denn dieser... Wie stark ist denn dieser Stab? Crosshair wieder tot. Es stirbt immer, Crosshair. Ah, sehr gut. Leute, die haben's wieder abgeschlossen. Und damit soll der Kanzler ja eigentlich recht zufrieden mit uns sein, ne? Prima, Junge. Aber werd nicht übermütig. Was wären wohl die nächsten Abenteuer vom gluhreichen Bad Batch-Stein? Wir finden das heraus eventuell schon beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao. 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 Ciao.